Hey, das sind Alba und Meso. Meso, wie wär's mit deinem Spiel? Wir, wir müssen reden. Ihr beiden, ihr setzt euch. Hier hin. Also, es geht um die zwei. Du willst dich nicht setzen? Kann ich bitte einmal ausreden? Ich will stehen. Also, es geht um die beiden da. Die sind ja inzwischen... Ist nicht zu beziehen, dass die inzwischen... Ich war dagegen. Ihr wisst es, ich war dagegen, aber ich sterbe aus. Was soll ich denn machen? Ich sterbe aus. Was? Ja, wenn er sie... Also, wenn sie ihn will, dann sind die zusammen. Du weißt, was ich meine. Dann sind die zusammen. Hier in diesem Dorf. Damit ist sie nicht mehr bei mir im Wald. Und ich sterbe. Ich sterbe aus. Wie traurig. Was ich jetzt wirklich nicht brauchen kann, sind deine... Kannst du mich nicht verstehen? Denk doch einmal wie ich. Das ist ein bisschen viel verlangt. Muss ich dafür auf einen Baum klettern. Du weißt doch genau, was ich meine. Wir haben keine Frau übrig. Da gibt es nur Bele und das geht nicht. Glaube mir, ich habe es versucht, aber es geht einfach nicht. Wie traurig. Sie macht mich wahnsinnig. Sie macht mich wahnsinnig? Ich muss dich sehr, sehr lieben.